Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von Infracta und ich bin Individed Impera. Jetzt wollte ich zwar eigentlich direkt stürmen Tarako, aber ich würde sagen, wir warten noch genau eine Runde ab. Wobei, ne, warte. Ja, doch, eine Runde warten wir noch. Dann haben wir nicht mehr leid, denn dann können wir an mehreren Stellen gleichzeitig hoch. Boah, Masalia, du gehst mir auf den Zeigen. Was? Unsere Krieger sind für dein Blut und für deine Frauen. Vielleicht können sie mit Gold getrunken. Hätten sie mir was gezahlt? Oder von mir war es halt auch so. Ja, da hätten wir drüber reden können. Was? Ein Opel des? Warte, wo denn? Was? Hä? Warum? Nein! 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 Das kann doch nicht sein! Das ist gut. Das ist gut. Britoriane. Das ist natürlich schon cool, gell? Da, machen wir. Ne, Britoriane. Boah, wie cool ist das denn? Ja gut, klar, irgendwann ist bei jedem eine Schicht, gell. Trotzdem irgendwie ärgerlich. So. Wir hunger für battle. Make haste, men. Ready for battle? March. Wir hunger für battle. On the move. Ich möchte die auf unserer Seite der Grenze noch wenigstens kurz lassen, wegen der Auffrischung. Aber eigentlich... Das ist halt die Frage, was ist denn hier jetzt die, ne? Nö. Hätte ich jetzt eigentlich sehr schräg gefunden. None will escape! Gott! Wir brauchen... Freiwillige Infanterie vor allem. Kavallerie brauche ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Wobei, wenn das Tor aufgeknackt ist, können die eigentlich rein stürmen. Yeah! At once! We can not pass here. Gut. Jetzt haben wir genug Freiwillige. Ich nehme mal an, dass die Schlacht so lange dauern wird. Wir brauchen nicht noch nicht mehr. Wir brauchen noch ein paar Minuten. Wir brauchen noch einen kleinen Hüt, oder? Wir brauchen das jetzt gleiche, oder? Nein, nein! Wir brauchen das hier, oder? Wir brauchen das hier. Wir brauchen die Schlacht! Das ist jetzt mal ein bisschen letztes, aber wir brauchen das hier. Wir brauchen die Schlacht! Wir brauchen das hier. Wir brauchen das da. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach komm, da kämpfen wir uns einmal frontal einmal durch. Was soll der Kies? Ich bin schon sehr gespannt. Ja, Hunde! Jetzt habe ich voll Bock auf den Filmkladiator. Römische Hunde! Gut, macht jetzt sehr viel Sinn, wenn ich das sage. Ich bin schon sehr gut. Halt, nein, Halt, 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 Halt! Moment mal, wo laufen die bitteschön lang? Ah, ja, cool. Da kommt mir das auch schon näher. Boah, ich finde das so cool. Wie in Rom 1. Was habe ich so lustige Schlachten in Rom 1 kam mit den Hunden? Apropos Rom 1. Muss ich auch mal wieder ein bisschen spielen. Waiting to be unleashed! Prätorianische Kohorte. Endlich nimmt das mal Fahrt auf. Romans, ready for duty! Regionaleis! Dirty armor! And is that Rost? You dare spoil my units! Niedert einer Rost! Rost an den Waffen oder an der Rüstung? Nein, na, nie. Prägt mal Otio, Decurio, prägt mal Ordnung in eurer Einheit. Keine Zeit. Slingers! Double time! Double time! Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist unsere Sturm-Einheit, sobald das Tor geknackt ist. Das ist unsere Sturm-Einheit, sobald das Tor geknackt ist! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 What are your orders what are your orders we await your orders what are your orders Malay infantry ready where are you come on cut them down we await your orders Legionaries At the double but advance at speed At the ready What are your orders ready What are your orders Orders my lord Shield warriors Orders my lord March 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 ... 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 wenn sie nicht gerade irgendwo rumgammeln. Alter, was macht ihr? Ja, nix ready. Schaffe sollt ihr. Okay. Das, worauf es eh ankommt, ist ja die Ramme. Die brauchen wir zu lang. Das Tor muss eh zuerst fallen. Was treibt ihr denn eigentlich da? Wir sind verdammt. Wir erwarten Ihre Ausgaben. Unsere Ausgaben? What are your orders? The end, sweet! Es kann sein, dass ihr die Ramuka nehmen müsst. Ja, okay, okay. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit den Hundefutzis? Wann lassen die eigentlich ihre Wauwau's los? Will ich den hier nur schleudere? Sie fliehen das Feld der Krieg! Das ist ein schreckliches Display! Unsere Männer fliehen das Feld der Krieg! So, das ist ein schreckliches Display! Höhle, Kriegler! Engage! Höhle! 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 Höhle, mein Hund! Höhle! Höhle! Ich höre, mein Hund! Höhle, mein Hund! Unsere Männer fliehen das Geld der Krieg! Oh, das ist ein schadevolles Display. Eine ganze Umgebung hat perished. Eine ganze Umgebung hat. Die Wobo ist noch besser, aber ich sehe sie nirgends. Ich höre die Wobo aber was noch besser, aber ich sehe sie nirgends. Die Wobo ist noch besser, aber ich sehe sie nirgends. General! Abwärts! Eine unserer Units ist noch besser, aber ich sehe sie. Sie sind deine Wobo, die Wobo! Wir sind in deiner Wobo! Abwärts! Abwärts! Ich habe nicht je gesammelt. Wir sind in deiner Wobo! Wir sind in deiner Wobo! Werare?! . 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 Der Kommand! Riders! Wir erwähnen Ihre Orders! We are awakening now! We are at your command! Has started! We have captured a tower! Wir ultimately have dropped you! Why are you... ...This Josh Allow me to krypt off! Das war's für heute. L.A. Kamali, ready! Good man! Once more on the bridge! Once more! Take that win! L.A. Kamali, ready! Tatar! L.A. Kamali, ready! Awaiting orders! What are your orders? All those! Get him forward! Ready! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Legionaries, we'll charge! We are at your command! But, I would say, I'll show you a cut and we'll see you again, because the Festplatte is just a little before the end. I thought I was about to see you in such a big battle. A cliffhanger in the next episode. I'll show you again, how will it look like you will see you again? I'll show you again, I'll show you again. We'll see you again soon. See you soon!